Rosia Marketing, Office & Go, guten Tag. Guten Tag Frau Madler, Sie hatten gerade eine Frage zum Teilen. Das war jetzt von mir nur eine Anmerkung, weil Sie so tolle Beiträge haben und ich gerne teile und das also gerne Public mitteile. Public ist ja hier oben diese Kennzeichnung in dem Thread oder Tweet oder wie auch immer man das nennen möchte oder in dem Post halt. Und wie geht das jetzt? Ich habe jetzt also hier mal etwas vorbereitet auf meinem Account. Gehe ich mal rein auf meinen Office & Go und stelle hier mal einen Link rein und kann ja jetzt hier die Bilder wählen. So, jetzt nehme ich mal das Symbol. Ich wollte auch eine andere nehmen, aber das ist jetzt ein anderer Hintergrund. So, und jetzt habe ich hier unten, wenn also jetzt nicht Public kommt, habe ich hier Add Circles or People. Das hängt natürlich immer davon ab, was Sie wollen. Sie können natürlich auch nur intern für Ihre Zirkel verteilen, gezielt auf eigene, auf eigene, sagen wir mal hier zum Beispiel auf Custom oder auf Following oder auf Google, was ich hier habe oder eben halt auf Public und dann gehen Sie hier runter und sehen hier unten dann Public und geben das dann ein. Wenn Sie das gemacht haben, dann teilen Sie das Ganze und so kann jeder diesen Post sehen. Also nicht nur eingeschränkt. Das ist nämlich so, viele die dann teilen, die stören sich daran, dass es also nur für limitiert für Ihre eigenen Kreise oder erweiterte Kreise ist und finden das dann schöner, wenn man das also öffentlich teilen kann. Aber nochmal, das ist natürlich für jeden individuell, wie er es gerne mag und wie er eben halt das sieht mit seinem Artikel. Gut, ich hoffe, dass ich vielleicht mit diesem Tipp Ihnen ein klein wenig geholfen habe und freue mich auf weiteren Austausch. Falls Ihnen diese Tipps oder sonstige Informationen von mir gefallen haben, können Sie auch Links, würde ich mich sehr freuen, weil es auch eine kleine Anerkennung meiner Arbeit ist, ein Plus geben oder eben auch meinen Artikel. Also Plus wäre hier zum Beispiel, wenn Ihnen meine ganze Timeline gefällt oder die ganze Information, würde ich mich sehr freuen. Oder eben halt für den Artikel oder das Teilen. Vielen Dank, sagt Officer Ngo und Roser Marketing.